Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und jetzt sprich mir nach. Los, komm! Ich, deine fremde Freundin Marian, gestehe, dass alle Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, in ein komplettes Desaster geführt haben. Den habe ich geheiratet! Was ist mein Problem? Ich verspreche nie wieder, eine verdammte Entscheidung zu treffen. Wir lassen das Schicksal entscheiden. Einverstanden? Folgen wir nun der Vogelkacke oder folgen wir nicht der Vogelkacke? Dali, ist Alaska schön? Na, wie läuft's? Diese Ladies sind echt, echt heiß. Ihr seid nicht die besten Freunde, die ich hatte, aber bestimmt die neuesten. Wer ist diese Person? Sie haben also noch nie einen Job gehabt. Welche Fähigkeiten haben Sie denn zu bieten? Keine. Im Grunde kann ich gar nichts. Doch, das Leben kann so hart sein. Es könnte schön werden. Ja, na klar. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Glaub mir, diesen Trepp wirst du garantiert nicht bereuen. Oh, das tut mir leid. 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 Vielen Dank.